Hi Leute und willkommen zur ersten Folge Shackshot Life Ich finde das Spiel ist echt echt geil Es geht halt etwas mit Mathe und wäre eigentlich ganz gut mit Mathe Und es hat auch was mit Jesus zu tun gemacht Ich habe das ein paar mal gesehen, wie ihr seht Wie ihr seht, ich bin schon Level 8 Ich muss halt ein bisschen probieren Lass mich erst schon Sack Deine Füße trifft Perfekt Nice Perfekte Treffer Und Wo der erste herkam Gibt es auch Natürlich Aber wieso kann ich nicht schießen? Und Au Oh Okay So schießt er eigentlich nur dahinter, aber So sch- Oh Oh Eww Eww Oh Bis jetzt gleich mal was er ist sie Bis hin vor Oh Oh Ah Oh Oh That was We're Bananern Okay, was schießt er denn schönes? Ich hoffe kein Cinco oder Horizon. Apropos Horizon. Es gibt ein Projekt, das müsst ihr euch anbauen. Das ich mache. Horizon. Was war das denn? Ja, wenn ich eine gute Hunde treffen wollte. Komm. Dafür nehme ich aber kein... Yes, Cinco. Lass mich den Kaktus nehmen. Und... Perfekt! Cool! Geil. Nice. Nächstes Mal in diesem Cinco. Auf die gleiche Stelle. So, ich brauche es wieder. Es hat sich ein bisschen bewegt. Das heißt, ich mache es ein bisschen leichter. Und dann dürfte es rein theoretisch treffen. Ob es tritt, das ist die andere Sache. Oh, ein bisschen Backroll. Oh, Backroll. Aber... Ey, Digger, willst du mich wegwerfen? Ey, Digger. Nein. Feier! Oh, ich hatte Telepuppen. Cinco. Jetzt habe ich zwar nicht mehr meine alte... Geh ich schon irgendwie hin. Außerdem habe ich hier ein Schutzschild, falls er mich treffen will. Hoffe ich es zumindest. Achso, manche packen das jetzt mal da. Ohhhh. Hättest du bereit, dass ich beide getroffen habe, wenn die beiden noch leben will. Aber der eine ist schon tot. Komm schon. No rags, no fun. Oh, oh. 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 Fintlock. Das muss ich vielleicht austesten. Das kann ich nicht. Oh. 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 Was ist das? Oh. Oh. Was ist das? Oh. Oh. Oh, nirg. Das... Dann probiere ich mal das hier aus. WTF? Fuck! Was war das? Ich hab 190 Damage sogar gemacht. Dann noch ne Runde, falls sie Bock haben. Oh, dann geh ich da hinten die Glock. Komm schon! Oh yeah! Deathwing! Ich brauch Deathwing. Tank Upgrade! Die Glock. Als nächstes kommt der Deathwing. Den hätte ich gerne. Neue Map! Ja, ein bisschen schneller. Ich bin nicht ready, aber hier habt ihr meine Tank Upgrade. Ich glaub, ich geh sogar ein bisschen mal in die Rüstung wieder. Ich hab erst gedacht, dass hier wär Rüstung. Deswegen hab ich hier ein bisschen Upgrade. Ich weiß jetzt nicht, was das bringt, aber... Ready. Hey! Hey! Digga! Digga, die Leute sind mir verarschen. Ah, okay. 3, 2... Okay, was hab ich denn hier schön. Ah, die Glock. Ich kenn aber die. Ah, ich mach mal ein Airstrike. Erstrike. Ich mach ne Erstrike. Oh, ist das ne Snake? Ach, der hat so mit. Oh, er hat perfekt für mich ne Pule gemacht. Ich hab jetzt... Ach, Mann. No. Tief und Tief! Oh, perfekt! Digga! Nein! 20 Damage, wenn es nicht so... Nein! Das war so bitter! Ich hab perfekt jetzt ein Gartig! Ach, okay. Ich schicke eiskalt noch eine Garnate hinterher. Ich schicke eiskalt noch eine Garnate hinterher. Wie sagt man so schön? Man hat das nicht. Oh, jetzt schmich. Aush. Das hab ich in den Lassen gesessen. Uh, ne Flower. 15 Damage. Okay, wen ich treffe, jedenfalls treffe ich. Hoffentlich, die eine Garnate auch. Okay. Oh, das ist mir egal. Ah, das tut mir nichts. Ich hab genau... Was? Ich hab auf die Vorderung gezielt. Ich weiß aber, wieso der hinterlässt. String! Oh, der ist online! Ich ruf ihn mal an. Ich frag mich, ob er Bock hat. Ich zacken. Warte. Hat er Bock? Uh, Horizon. Betroffen. Nice, Team Partner. Ich hab noch mal an. Dann müssen mal ein Sniper, ein bisschen mehr Power. Ah, mit mir. Ich versuche meinen Sniper. Ich kann dich überlegen, Dürfte ich ihn treffen? Ich würde jetzt gerne aufhalten, aber... Oh, sorry! Digga! Das ist so bitter... Oh mein, du Digger, der die gegeben hat, da drauf ist das. Ein Pulgar. Ich möchte gerne eine Mauer bauen. Ich hab drei! Lass eine Mauer bauen! Ich baue eine Mauer. Oh! Oh, nein! Oh! Oh! Oh, der war so in meinem Gesicht drin. Ich konnte ihn riechen. Hat nach Granate gerochen. Zu Wunder. Okay. Na komm, ich versuch in den drin eine Mauer zu machen. Ich gehe, wo ich gerade bin. Oh. Was soll ich hier nehmen? Ein Zipper, Sniper, Voneinander. Ja, gut. Es sieht nicht gut für mich aus. Ich muss auf alles oder nichts gehen. Oh, nee. Der tritt mich so hart. GG. Ich werde das ja alles rausschneiden. Okay. Also ich hoffe, der kämpft doch nicht. Wir haben beide Level 9. Perfekt. Ich glaube, der trifft nicht recht. Hä? Ich glaube, der trifft nicht recht. Ich glaube, der trifft nicht recht. Ich weiß, was ich noch machen. Ja, das ist mir halt. Diese Powerball. Ah. Ja. Ach, thank you. 4. 5. 6. 11. 13. 13. 14. 15. Ach man... Schau... Lass ein... Zubis hier sein, nicht jemand. Wie viele Globs hat der noch? Oh... So... Spiel ist auf meiner Seite... Okay... Okay... Ja... Tolli... Aber ich... Ach nee... Soll ich mal nach vorne... Okay, weiter kann ich nicht... Backrollern nicht... Cactus... Nein... Ich hätte... Ich hätte... Mehr Power geben sollen... Ja... Ich weiß... Fehler... Okay, weiß ich... Tassi-Type... Fehler passiert... Weiter... Du... Du... Jetzt aber... Kacke... Geht doch... Trotzdem... Ich gehe nach dem Snipe nicht mehr her... Weil ich glaube... Ich hätte ihn direkt getroffen... Ich hoffe... Das ist alles... Weil sonst... Mein Snipe kommt doch nicht... Sieht aber so aus... Jetzt würde es ihn nicht... Komplett trennen... Das ist alles... Lohin... Nein... Das war so bitter... Ich habe mir eine Frau... Ach nee... Nein... Okay... Ich bin das nächste Mal... Ja... Ich seh's... Wie bitter... Dass du geflogen ist... Ja... Der trifft mich... Den abschneest du... Wann... Halted... Oh! Das war alles gut! Nein! 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 Oh, jetzt habe ich einen Block. Der bringt jetzt nichts mehr. Das ist einfach. Ich gebe ein bisschen mehr Power. Oh! 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 Der will ja auch nicht wegschießen. Oh! Oh! Schade, dass es doppelt ja nicht mit dem Kopf war. Man kann es alles machen. Oh! 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 Lass mit einem Backroader ein bisschen voran tassen. Ok. Guter Schuss. Ich glaube nächstes Mal muss ich ein bisschen mehr voran geben. Ein bisschen. Aber ein bisschen. Ganz kleines bisschen. Oh, ist das jetzt das normale Schott oder? Oder war das ein Deathbring? Ich glaube es ist das. Komm schon! Ok. Dann habe ich ungefähr die Gleichzeit, die ich habe, Digga. Das ist so knapp gewesen. Sagen wir mal. Komm schon. Boah! Digga hat sein Gesicht. Digga hat sein Gesicht. Digga hat sein Gesicht. Das war so jetzt ein Fressen. Und was gleich hinterherkommt? Noch ein Digga. Was ist das denn? Noch ein Digga. Ah, es tut gut ein Digga zu treffen. Lass mal ein Superbrecht schießen. Der hat Glück. Ich habe keine Gearnatung mehr. Ersttricke. Ich habe keine Ersttricke. Ich brauche eine Ersttricke. Schau mal ein Digga. Schau mal ein Digga. Aber bist ja aus dem Loch. Außer als Nerdbeeren. Zaaa! Zip. Oder wie immer, weil er sich nennt. ... ... ... ... ... ... ... Das ist gut. Digga! Niii! Hör auf! Stopp doch mal! Oh! Ah, ich geb mein Pulver auch. Der hat auch zwei Krise gehabt. Das ist jetzt seine Rache, oder? Ah. Ah. Ich muss hier in die Kante gehen. Jetzt dürfte es noch alles kommen. Boom. Jetzt drück ich in eine Snake rein. Das dürfte genug, ja. Oh, perfekt. Das ist doch ein. Ist zwar nicht meins, aber das ist... ... 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 Ich will Deathwing noch haben. Komm schon, ich will Deathwing noch haben. Komm schon. Oh man. Nur 16. Oh, der Digge hat richtig viele Punkte bekommen. Was ist denn noch? Ich mach mal eine nächste X-Runde. Der letzte. Das sind zwei Digge. Bildern. Erst mit dem Backloader. Angetastet. Und dann nochmal zwei Digge in sein Gesicht. Und dann noch eine. Erst eine Flower in sein Gesicht. Und dann hinter das Ding. Genau in sein Gesicht. Oh, Bildermuspiel. Bildermuspiel. Entscheidendes Spiel. Oh, oh, oh. Jetzt. Ich hab 200 Light. Oh, ich hab zwei Armor. Er hat 14. Hab ich gesagt. Oh, ich hab nen Roller. Oh, ich darf nicht anfangen. Er darf anfangen. Wenn ich ihn direkt treffe. Schick ich ihn ein Sniper. Komm schon. Und Bananen. Und Bananen. Da wird nur Zeit sein. Fick ich ihn. Ohne. Was ist eure Geschichte? Ich glaub, es muss ein bisschen mehr Power abholen. Aber sonst. Das ist eigentlich der Schlussmeld kann ich nicht so schlecht machen, ich habe gehofft. Dein Schild ist schon mal weg, ich habe noch zwei. Nice. Okay, was kommt zum Essen? Ich weiß nicht, wie wir eigentlich kommen. Falls ihr erfreut, dass es uns gleich gibt. Aua... ...und dann... ...dass mit Zinko. Lass ein... Oh, komm schon, nicht treffen, bitte. Ich bitte, ich bitte nicht. Oh, ich lebe mein Gesicht. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Oh, Mann. Ein Bilderbund. Oh, perfekt. Ich wünsche ihm viel Spaß zu treffen. Ja, gut. Was schießt er? Der witzig, wenn der jetzt ein Snipes schießt und sich damit selber trifft. Komm, schieß irgendwas. Schieß, glaube ich, nochmal einen Shot, das würde ich jedenfalls tun. Oder einen Tunnel, äh... Tunnel. Oder wie auch immer der Eis. Ich weiß nicht, wie viel Eis. Hab ich ihn? Ja, Tunnel. Tunnel. Ich weiß nicht. Ich glaub, der geht ja nicht unten. Aber da bin ich wirklich ganz sicher. Hallo? Schießt er? Heute noch? Okay, ich denke, der geht ja nicht. Ich denke, der geht ja nicht. Ich denke, der geht ja nicht. Und jetzt... Sniper. Ich werfe�, nicht. Ok, ich verstehe... Oder wie sie Makes mich nicht mehr trafieren? Ich spreche das nicht. Das mal muss ich kurz nicht. Ich werde hier rauskennen. Und das war's mit der Hoffnung zu treffen. Das tut weh, das tut weh. Was hab ich denn noch? Break. Ne, ich guck. Splitter. Splitter. Das war geplant. Was nicht? Natürlich war das geplant. Was soll man sonst hier denken? Wieso? Ist das natürlich geplant. Ist der geläftet? Wieso? Toll. Habe ich? Ja, ich habe Deathway. Deathway ist nämlich eine Atacke, die immer trifft. Deathway. Ok, das war das Ziel, um zu zeigen. Falls ihr wollt, wird es eine zweite Folge geben, also wenn ihr wollt, könnte ich eine zweite Folge machen, aber dann filmen wir es zu dir. Tschüss.